Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdnacken Ticket und heute habe ich das Spiel Dragon Squad Adventures. Ich starte es mal, folgt rein. Und? Schau, ob Ton drin ist. Ja doch, Ton ist drin. Gut. Und dann geht es los. Eine Minute warten. Oder zwei oder drei. Nein, das geht viel schneller. Und da sind wir. Okay. Erstmal die Blumen entgegennehmen. Wie ging das nochmal? Das Spiel hatte ich ja schon ewig nicht mehr gehabt. Hier pflanzen wir ein Mais. Hier pflanzen wir ein Weizen. Und hier pflanzen wir ein Zuckerrohr. Ei, 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 ei. Ähm, warte mal. Ich wollte ein bisschen Zeit schieben. Okay. Dann haben wir jetzt hier die Produktion. Dann haben wir auch Sachen gemacht. 76 Energie habe ich. Schon wieder fertig. Na gut, dann machen wir jetzt hier Karotten rein. Kein Auftrag fertig. Hm, das brauchen wir nicht. Und noch vier Stangen. Schauen wir mal nach den Stangen. Hier ist Holz. Ah, einmal. Einmal. Ich brauche erstmal Bretter. Ah, für die Bretter brauche ich erstmal Holzstimme. Na gut, dann war es so. Okay. Was brauche ich hier? Brot. Das war Kuchen. Hier ist Brot. Brot. Ah, ich brauche zweimal Teig. Ah, ich brauche Weizen. Okay. Zweite mache. Dritte. Da komme ich nicht rein. Da mache ich gerade mein Weizen. Mehl. Weizenmehl. Teig. 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 Kuchen. Dann kann ich noch Kuchen. Den Karottenkuchen. Ah, da brauche ich Mais mehr. Kann ich davon nicht zwei Gebäude kaufen? Bäckerei. Ist ja mal Ätzeln zu warten. Eine von ein. Mist. Wie viel Geld habe ich denn? 900. Ah, ich denke mal, da kann ich gar nichts kaufen. Zehn Diamanten habe ich auch nur. Mhh, ich bin pleite. Ah, hier. Hier, dann spielen wir nochmal. Hm, das soll ja nur für Energie das spielen. Dann ist das bei ihnen los. Okay, dann ist das bei ihm. Er, dann ist das bei ihnen zusammenbrennt. Oh, das sei? Oh, das ist? Oh, das ist ja. Oh, das ist- Okay. Hab ich noch nie gemacht. Ist das neu? Okay. Ich liebe es. Ich liebe es. Hier ist es nur noch. Tutorial. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, da geht keine Rakete. Schweinerei. Kann man das nicht auch so machen? Hm, nein. Jetzt mal das Speck nehmen. Ja. Okay. Okay. Das haben wir gespürt. Okay. Okay. Jetzt geht's weiter mit... Da ist was. Das hat's doch auch für ein Geschenk. Ah, ich weiß auch, dass da hinten... Okay. Hmm. 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 Okay. 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 Wenn man back hier mal... Da, die 5. Subi. Dann schauen wir mal hier nach dem Punkt. Was ist das? Kaufen. Okay. Und das? Auch kaufen. Okay. Das geht noch weiter. Geht immer noch weiter. Keine Ahnung. Post. Ein Geschenk. Beanspruch. Jawohl. Vor 6 Tagen. Nachrichten. Gut. Dann haben wir jetzt da noch Wechsel holen. Ach, war ja runterziehen. Weißt du, da oben ja was ist. Wie muss ich hier nachgucken? Nein, ist nichts. Gut, das war's hiermit. Beanspruchen. Eintauschen. Sammeln. Freischalten. Freischalten. Superfabrik. Fabrik. Koch- und Silien. Okay. 1.600. Also 1.000 Gold habe ich gemacht heute. Ein Apfelbaum. Da fehlen zwei. Zwei Apfelbäume müssen weg. Okay. Wieder alle da. 5.000, 5.000. und das ist ja nur Souvenir- oder Accessoires-Deko. So was brauche ich nicht. Also es sind eigentlich noch die beiden Sachen hier. Das Labor und das Verbesserungszentrum. und dann bräuchte ich noch die Superfabrik, äh, Super. Suppenfabrik und die Kochutensilienfabrik. Das ist viel Geld. 10. 22.800. Was? Schaffe ich nicht. Nicht sofort. Gut. Oh, das ist fertig. Dann schauen wir noch mal kurz in der Fabrik was ich hier machen kann. Nochmal rein. Okay. Fertig, fertig, fertig. Angeln geht hier nichts. Da ist nichts fertig. Hier ist noch eine Landkarte. Noch 10 Tage. Kein Problem. Also was mich jetzt noch nervt ist eigentlich hier oben der rote. Der rote. Die rote Markierung. Ausrufezeichen. Hier gibt es nix mit Gratis oder so. Aber es wird angezeigt. Bestimmt deswegen. Obwohl ich habe hier nur 10 Diamanten. Da kann ich ja sowieso nix mit machen. Und hier Gold. Gold. Geht hier alles drin. Diamanten. Richtiges Geld. Diamanten. 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 Naja. Egal. Ich würde nochmal sagen, das war schon wieder schon wieder fertig. So. Dann kommt es jetzt über Korten. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Ich melde mich ab, hole mein Ticket ab und sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du aber nächstes Mal wieder ihr seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.